Hi, ich bin der Sven von der Spieleschmiede und ich wünsche euch viel Spaß mit den Bretagogen. 4, 3, 2, 1, Liftoff. Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Bretagogen und einer Vertiefungsstunde. Heute ist das Thema kleine Schachteln. Ich werde euch also gleich dann so vier, fünf Spiele vorstellen, die relativ klein sind und dann wahrscheinlich auch in der Handtasche passen würden. Ich möchte nur ganz kurz vorher noch ein Anliegen von der Hörerin weiterleiten. Und zwar wurden wir angeschrieben von einer Hörerin, die ja in der Jugendhilfsorganisation arbeitet und die haben immer einen Spieleabend. Und das Problem ist jetzt, da kommen halt einfach ganz oft die Klassiker dann mit auf den Tisch, weil die mitgebracht werden. Monopoly, UNO und so weiter. Und das sind halt sehr gemischte Altersklassen, hat sie geschrieben. Manche Kinder sind auch geistig behindert und es geht um junge Flüchtlingskinder. Also es ist wirklich eine ganz wilde Mischung, die da ist. Und sie hat gefragt, ob wir vielleicht Spiele wüssten, die eben behindertengerecht sind oder eben auf diese anderen Kriterien irgendwie passen. Und ja, ich bin nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen. Das heißt, ihr könntet uns ja mal Vorschläge schicken und dann kann ich die weiterleiten. Also ich glaube, sie wird sich wirklich freuen und wäre klasse, wenn ihr da mitmacht. So, dann kommen wir aber mal zu den Spielen. Und zwar möchte ich euch heute ein paar vorstellen und einfach wieder in alphabetischer Reihenfolge von hinten angefangen, weil es mich ja selber so nervt, mit W immer früher der Letzte gewesen zu sein. Das heißt, wir fangen an mit Schollenrollen. Das Ganze ist von Dr. Rainer Knizia bei Amigo erschienen für zwei bis sechs Spieler, 20 Minuten ungefähr und ab acht. Ja, das ist eigentlich ein sehr einfaches Würfelspiel. Was machen wir nämlich? Wir haben einen großen Vorrat an Fischen am Anfang und da gibt es rote Fische, die sind fünf Punkte wert und es gibt gelbe Fische, die sind dann einfach ein Punkt wert am Schluss. Wie komme ich jetzt an die Fische ran? Ich würfel die vier Würfel, die dem Spiel beiliegen und die haben jetzt verschiedene Seiten. Und zwar kann einfach ein Fisch drauf sein, dann darf ich mir aus dem Vorrat einen Fisch nehmen. Es können zwei Fische drauf sein, dann darf ich mir zwei Fische nehmen. Ich darf mir am Anfang übrigens zwei raussuchen, ob ich einen roten oder einen gelben nehmen will, nur sind dann die roten dann irgendwann weg natürlich. Ist aber nicht so schlimm, denn es gibt auch noch eine Hakenseite, da ist einfach ein Angelhaken dran. Mit dem kann ich dann bei den anderen Mitspielern klauen. So komme ich nämlich dann trotzdem noch an rote. Ja, und dann gibt es einfach noch zwei Seiten, die sind so ein bisschen blau unterlegt und zwar einmal ein Fangnetz mit einer Malzwei. Das heißt, ich darf mir doppelt so viele Fische nehmen, wie ich gewürfelt habe und einen Würfel mit Wasserwellen drauf, also einfach der Ozean zum Beispiel. Und das Ding ist jetzt, ich kann so oft nochmal würfeln, wie ich das möchte und ich kriege dann auch jedes Mal den Ertrag dieser Würfel. Nur wenn ich blau unterlegte Würfelseiten gewürfelt habe, dann sind die Würfel raus, also die darf ich dann nicht mehr nochmal würfeln. Das heißt, es werden so nach und nach weniger Würfel. Alles, was ich während meines Versuchs da fange, kommt in das Netz, in Anführungsstrichen. Das ist die Unterseite von der Spielschachtel, das ist eigentlich wirklich ganz nett gemacht. Da haut man die dann rein. Ist jetzt aber so, dass ich gewürfelt habe und ich würde keine Fische kriegen, sprich ich habe zum Beispiel nur noch blau gewürfelt. Dann verliere ich meinen kompletten Fang und er ist dann weg. Das heißt, es ist ein relativ simples Push-Your-Luck-Spiel. Und da kommen jetzt auch dann natürlich dazu, dass man sagen muss, für Vielspieler ist das definitiv nichts. Vielleicht halt gerade mal zum Absacken. Wobei die Vielspieler, denke ich, dann auch eher vielleicht zu Heckmeck am Brat vorm Eck greifen. Also das heißt, der Herr Knizia hat praktisch Heckmeck genommen, meiner Meinung nach, und hat es ein bisschen runtergebrochen. Noch ein bisschen klarer gemacht, sodass es halt kleinere Kinder, die zum Beispiel eben nicht Summen bilden können, auch mitspielen können. Und dann funktioniert es mit den Zielgruppen auf jeden Fall super. Also meine Tochter zum Beispiel findet es mega super klasse, wenn sie mir die ganzen roten Fische klauen kann. Und feiert es natürlich jedes Mal voll ab. Also ich würde sagen, es ist eher was so für wenig Spielerfamilien oder halt wirklich dann so zum Runterkommen oder nochmal absacken. Wie gesagt, wenn man Heckmeck Light sucht, dann kann man gerne zu Schollenrollen greifen. Vielleicht noch eine Sache zur Spieleranzahl. Ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Brettspiel-AG in der Schule, dass es zu sechst dann doch ein bisschen zu zäh wird. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mit aktiv beteiligt wird, wenn jemand anders würfelt. Das heißt, wenn man es zu sechst spielt, guckt man praktisch fünf anderen Mitspielern beim Würfeln zu. Und da man das ja immer und immer wieder weiter treiben kann und manche Leute dann kein Ende finden und auch noch das Glück haben, dass jetzt eben nichts gewürfelt wird, was ihren Zug dann beendet, kann das manchmal ein bisschen dauern, bis man wieder dran ist. Und das ist dann eher dröge. Also ich hätte vielleicht auf die Schachtel eher zwei bis vier drauf geschrieben. Ich meine, es funktioniert natürlich, aber es kommt so ein bisschen der Pfiff raus. Also wie gesagt, es wird dann wie Kaugummi, es zieht sich ein bisschen. Ansonsten ist ja einfach jeder gut bedient mit dem Spiel, wenn er wie gesagt ein ganz einfaches Würfelspiel sucht. Mehr ist es dann aber auch wirklich nicht. Will es ja aber auch eigentlich nicht sein. Dann kommen wir zum nächsten und das ist diesmal eine kleine Erweiterung zu einem Würfelspiel. Und zwar habe ich mir auch mal die Quix Characters angeguckt, die es jetzt auf der Messe neu gab. Ist wirklich nur so eine ganz kleine Mini-Pappschachtel. Kostet glaube ich 2,50 oder 3 Euro. Ist aber wirklich ein cooler Inhalt drin, denn da sind fünf verschiedene Charaktere drin. Man könnte vielleicht sagen, es ist Quix im Marco Polo Style jetzt. Die erlauben nämlich jedem Mitspieler irgendeine andere Regel bei Quix auszuschalten. Also es gibt zum Beispiel den Magic Mike. Der kann auch noch zwischen zwei gesetzten Kreuzen dann Werte eintragen. Es gibt die Mistake. Die macht nie Fehlwürfe, sondern wenn sie einen Fehlwurf machen würde, kannst du stattdessen beliebig irgendwo ein Kreuz setzen. Es gibt die Tina Turner. Die kann Dreier auf Vierer drehen und Vierer auf Dreier. Dann gibt es den Chris Cross. Der darf drei Sachen ankreuzen, wenn er dran ist als aktiver Spieler und nicht nur zwei. Und dann haben wir noch den Double Dutch. Der darf zwei Kombinationen machen mit dem weißen Würfel zusammen. Die sind natürlich wie Quix selber auch beim NSV erschienen. Und es gelten die ganzen anderen Rahmendaten, die halt für Quix natürlich auch gelten. Ja und wer jetzt Quix kennt, kann sich schon ungefähr ausrechnen, wie das Ganze dann aussieht. Groß viel mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen, außer dass ich es definitiv empfehlen kann. Also wir spielen eigentlich wirklich nur noch mit den Charakteren. Weil gerade wenn man ganz viele Quix-Partien schon gemacht hat, bringen die echt nochmal einen coolen neuen Dreh rein. Und es macht einfach Spaß, die ganzen verschiedenen Kombinationen, die es da irgendwie gibt, auszuprobieren. Also das ist definitiv eine Empfehlung für alle Leute, die Quix mögen. Dann haben wir als nächstes eine Adaption eines großen Brettspiels, das sogar auch schon mal für das Spiel des Jahres nominiert gewesen ist. Nämlich Karuba, das Kartenspiel. Ist auch wieder von Rüdiger Dorn. Ist diesmal aber für zwei bis sechs Spieler, also zwei mehr. Dauert wirklich nur so zehn bis 15 Minuten. Und wird auch ab acht empfohlen. Ja, man kann sich schon denken, wenn man Karuba kennt, man versucht natürlich auch hier mit den Karten jetzt einen Weg durch den Dschungel zu legen. Aber es hat eigentlich wirklich einen interessanten Kniff drin, der uns schon Spaß gemacht hat in gewissen Konstellationen. Da komme ich dann gleich noch drauf. Also es hat jeder die gleichen Karten. Die sind auch quadratisch und nicht rechteckig. Und auf diesen Karten sind verschiedene Sachen drauf. Es kann jetzt einfach ein Dschungelweg drauf sein, wie man das auch schon kennt von den Karuba-Plättchen mit zwei, drei oder vier Ausgängen. Da können dann auch wieder Diamanten oder Gold mit drauf sein. Dann gibt es Karten, da sind die Abenteurer drauf abgebildet. Und es gibt Karten, da sind die Tempel drauf. So, wie funktioniert das Ding jetzt? Ich ziehe von meinem persönlichen Kartenstapel, wo ja wie gesagt bei jedem die gleichen Karten drin sind. Also die sind alle komplett identisch, diese Stapel. Ziehe ich drei Karten auf die Hand. Natürlich muss ich ihn vorher mischen, damit ein bisschen was anders ist bei jedem Spieler. Aber ich ziehe drei auf die Hand und zwei von den Karten suche ich mir aus, mit denen ich jetzt dann biete am Anfang der Runde. Worauf biete ich denn? Na, es ist so, nur der, der die geringste Summe auf seinen Karten hat, der darf dann nur eine statt zwei Karten einbauen in seinem Raster. Was meine ich mit Summe? Da sind einfach Zahlen drauf, je nach Wertigkeit der Karten. Und die muss ich eben zusammen addieren, wenn ich meine zwei Karten aussuche. Und dann werden die alle gleichzeitig aufgedeckt. Und derjenige, der die kleinste Summe hat, darf eben nur eine von diesen zwei ausgesuchten Karten legen. Es ist genau diese Abwägung zwischen, na, nehme ich jetzt eine Karte mit einer geringen Zahl aufgedruckt, aber dafür habe ich viele Bewegungsmöglichkeiten. Oder nehme ich eine Karte mit sehr hohem Wert, aber dafür kann ich halt wahrscheinlich nicht besonders viel mit meinem Weg machen, beziehungsweise habe eine Karte, wo nur ein Ausgang drauf ist. Es gibt da noch so ein wirklich gutes Übersichtstableau mit dazu. Da kann man genau nochmal gucken, welche Karte hat was für eine Zahl und was ist da drauf. Ist prinzipiell so, die mit den kleinen Zahlen, also mit denen man jetzt eher keinen Stich gewinnt, das sind die Wege, die viele Kreuzungen oder sowas haben. Und dann die höheren Zahlen, die zwar viel wert sind, haben aber wenig jetzt Möglichkeiten parat, um sich da im Dschungel vorzubewegen. Das heißt, da sind dann die Tempel und die Abenteurer zum Beispiel drauf. So, nachdem wir jetzt eben rausgefunden haben, wer der Pechvogel von uns ist, der nur eine Karte hinlegen darf anstatt zwei in der Runde, verbauen wir die alle. Und zwar haben wir so ein imaginäres 4x4 Feld vor uns. Das heißt, darüber hinaus darf das auch nicht gelegt werden. Also vier Karten übereinander heißt dann schon, nach oben geht schon mal nichts mehr. Ich muss an die Seite weiterbauen. Und ansonsten gelten da die üblichen Karuba-Regeln. Also ich darf die Plättchen nicht drehen, aber ich darf zum Beispiel auch Wege abschneiden. Und dann läuft es halt eben einfach über so viele Runden, bis jeder seinen Kartenstapel verbraucht hat. Geht er dann genau auf. Und dann wird einfach geguckt, habe ich das Netz bei mir in diesem 4x4 Raster mit Wegen so gebaut, dass die Abenteurer auch zu ihrem Tempel kommen. Dafür kriege ich nämlich dann drei Punkte. Nimmt er auf dem Weg, weil er dran vorbeiläuft, irgendwo noch ein Goldnugget auf, sind es nochmal zwei. Und für den Diamanten kriege ich nochmal einen Punkt. Also es ist wirklich dieser Karuba-Mechanismus ganz runtergedampft auf ein paar Karten. Das finden wir wirklich richtig cool hier. Das hat uns wirklich Spaß gemacht. Es ist nämlich echt eine Knobelaufgabe zu gucken, wie dringend will ich denn eine Karte wirklich haben. Kann ja dann auch eine mit niedrigem Wert sein. Und was muss ich dann dazu packen von meinen Handkarten, damit ich den Stich auf jeden Fall nicht verliere. Also es geht ja nur darum, den Stich nicht zu verlieren. Damit ich auch wirklich beide einbauen kann. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als zum Beispiel den Tempel zu verlieren, weil man den Stich verloren hat und dann eben eine Karte wegschmeißen muss. Man hat aber zwei Tempel ausgesucht. Also sowas ist richtig ärgerlich. Oder natürlich auch, wenn man einen Dschungelforscher verliert, weil man den abgeben muss. Das bringt mich jetzt auch dazu, nochmal kurz überzuleiten zu dem, was nicht so viel Spaß gemacht hat. Und zwar, das sind die hohen Spielerzahlen. Gerade weil das so krass davon lebt, dass man eben einschätzen kann, mit was für Werten gehe ich jetzt rein in diese Abstimmung, muss man schon ein bisschen gucken, was haben die anderen schon gelegt, was haben die potenziell auf der Hand, wie viel könnten die vielleicht bieten. Und je mehr Spieler mitspielen, desto unübersichtlicher wird das natürlich. Und desto mehr wird es dann ein Glücksspiel. Also hier ein Ding, wo man ja wirklich eigentlich genau planen muss und seine Karten gut hinlegen muss, damit man Punkte kriegt. Ja, da muss man schon wirklich irgendwie ein bisschen vorausplanen. Und das geht dann einfach nicht mehr. Oder zumindest halt nicht mit einem Aufwand, der dem Ganzen noch sinnvoll entspricht. Nicht. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall empfehlen wollen für Leute, die Karuba mögen und die das unterwegs ähnlich spielen wollen. Also es kommt schon ein gleiches Spielgefühl auf, muss ich ehrlich sagen. Aber halt vielleicht wirklich höchstens zu viel. Aber auch höchstens. Am besten eher zu zweit oder zu dritt. Da kann man nämlich dann wirklich schön gucken, was muss ich denn bieten, damit ich keine Karte verliere. Und auch da übrigens kommt dieses Element ja überhaupt erst richtig durch. Also wenn sechs Leute mitspielen und nur einer von denen verliert dann halt eine Karte, ist nicht ganz so wild, als würde man zu zweit oder zu dritt spielen. Da tut es dann schon richtig weh, so eine Karte zu verlieren. Ich meine, was man natürlich auch dazu sagen muss, das ist schon sehr glücksabhängig. Es hängt echt viel davon ab, welche Karten ich nachziehe und wann ich sie nachziehe. Wenn ich schon sehe, wie ist denn jetzt hier gerade die Verteilung. Das ist auch das so ein bisschen, was es dann wirklich unterscheidet von dem Brettspiel. Da weißt du ja wirklich, zu jedem Zeitpunkt muss jeder mit den gleichen Sachen klarkommen. Das haben wir natürlich hier jetzt nicht mehr, weil wir eben diesen gemischten Kartenstapel haben. Habe auch schon von manchen gehört, dass sie das dann, ja wie gesagt, nicht planbar genug finden. Und obwohl das eben sehr glücksabhängig ist und man sich dann auch manchmal denkt, ja super, mit der Karte kann ich jetzt gerade überhaupt nichts anfangen oder gefühlt einfach null Kontrolle hat und froh ist, wenn die Runde vorbei ist, weil man sowieso keine Chance hat. Also obwohl das so ist, ist es aufgrund der Dauer dann eigentlich immer so gewesen, dass wir danach gesagt haben, ach komm, wir probieren es gleich nochmal. Also das hat uns jetzt nicht abgeschreckt, sondern aufgrund der Dauer des Spiels war es eher ein Ansporn, dann zu sagen, ja komm, ist egal, macht nichts, nächster Versuch. Ich persönlich finde eben, das fängt einfach diesen Karuba-Charme schön ein, ist auch genauso schön gestaltet und es bringt einem wirklich in so einer kleinen Dosis dieses Karuba-Feeling. Ja, aber unter den genannten Bedingungen, wirklich eine richtig schöne Kartenspiel-Adaption, hat uns sehr gefallen, sollte man sich mal angucken, wenn man Karuba mag. Nächstes Spiel, was ich gerne vorstellen möchte und was auch in einer kleinen Box daherkommt, ist Honshu von Lauterpillit. Honshu ist für zwei bis fünf Spieler, wobei ich ehrlich sagen muss, es gibt zwar eine Zweier-Variante, aber wie das oft so ist bei so Beach-Spielen, ich erkläre gleich, was genau das heißt, ist es halt am besten, wenn man mindestens zu dritt ist, aber drei bis fünf funktioniert dann super. Wir haben 30 bis 40 Minuten ungefähr und es wird ab acht Jahren empfohlen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen niedrig finde, weil es geht da ganz schön grübelmäßig zur Sache, aber da komme ich dann auch gleich dazu. Der Autor ist Kalle Malmjöwa, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Das ist wahrscheinlich ein Finne, nehme ich mal an, bei Lauterpillit. Das ist auch wieder ein Stichspiel, wie Karuba eigentlich ja gerade eben schon so ein bisschen, ist aber definitiv, würde ich sagen, für ein Kartenspiel im Kennerbereich. Und ich werde jetzt auch gleich erklären, wieso. Klingt jetzt erstmal ein bisschen verwunderlich, wie ein Beach-Spiel mit Karten, Kennerspiel. Ich erkläre aber kurz, wieso. Wir versuchen hier eine Stadt aufzubauen, jeder persönlich seine eigene und das machen wir mit so ganz normalen Karten, also wie halt so Spielkarten sind von der Größe her. Und da können jetzt verschiedene Landschaftsformen drauf sein. Jede Karte ist in sechs kleine Quadrate unterteilt. Da gibt es dann zum Beispiel Stadtquadranten, Waldquadranten, Seequadranten, gibt manchmal Minen, Fabriken und so weiter. Die sind da halt eben in unterschiedlicher Anordnung auf diesen Karten drauf. Jeder hat eine Startkarte, mit der es losgeht. Und ich versuche jetzt mit meinen Handkarten meine Stadt möglichst gut auszubauen. Dazu lege ich Karten, die ich baue, dann irgendwo an eine Karte, die schon da ist, drunter oder drüber. Also so, dass es sich in mindestens einem Feld überschneidet. Und dann kann ich das praktisch damit erweitern. Und das nimmt dann ja auch jedes Mal mal ganz andere Formen an. Also das ist schon mal sehr cool, dass man da wirklich sowas aufbaut und dann zugucken kann, wie die Stadt wächst. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie bestimme ich denn, welche Sachen ich da einbauen kann. Es ist so, es geht über zwölf Runden, die nochmal in zwei Hälften unterteilt sind. Und zwar kriegt für die erste Hälfte jeder sechs Karten auf die Hand. Und dann sucht man sich drei Runden lang von diesen sechs Karten jeweils immer eine aus. Und dann nach den ersten drei werden die anderen verbliebenen drei nach links weitergegeben. Später passiert das Gleiche dann nochmal mit sechs Karten. Das ist dann die zweite Hälfte, nur gibt man dann die letzten drei nach rechts weiter. Also so hat man auch nochmal ein bisschen Mix in den Karten drin. Und die Karten benutzt man, um erstmal eine Rangfolge festzulegen, wer wann dran ist. Das heißt, wenn ich eine Karte aus der Hand hinspiele, dann haben die auch Nummern. Die sind durchnummeriert. Also zum Beispiel ist jetzt auf meiner die 27 drauf. Wenn jetzt dann jemand eine höhere Karte spielt, dann ist die wertvoller und dann kommt er vor mir. Das heißt, wir machen erstmal eine Beatrunde, mit der wir praktisch bieten, wer darf denn als erstes gleich aus der Mitte was nehmen. Das heißt, die Karte, die ich in die Mitte lege, muss nicht zwingend die sein, die ich dann später auch wieder rausnehme, um sie bei mir in die Stadt einzubauen. Es kann also sein, dass ich hoffe, jemand anders legt was Cooles hin. Ich habe selber nur Schrott, biete aber relativ hoch, damit ich dann als erster den Zugriff habe. Und das ist wirklich eine coole Mixtur nochmal, dass man zuerst seine Landschaftskarten einsetzt, um zu bieten. Wann bin ich dran? Und dann nehme ich die Sachen raus und versuche, möglichst gut damit so ein bisschen was zusammenzustöpseln, wie jetzt vielleicht bei Carcassonne oder so ähnlich zumindest. Und was dieses Bieten dann auch noch so cool macht, ist einfach die Tatsache, dass ich nach den ersten drei Karten, also nach einem Viertel des Spiels, die ja weitergebe. Und das heißt, für die nächsten drei Karten habe ich zumindest ein bisschen mehr Ahnung davon, was vielleicht in den Stich kommen könnte und auf was ich dann bieten muss. Und allein die Entscheidung zermadert einem da manchmal wirklich das Hirn. Also wirklich große Klasse. Es kommt auch noch so ein bisschen Ressourcenmanagement mit dazu. Also wenn ich bei mir eine Karte einbaue, wo eine Ressourcenquelle mit dabei ist, gibt es irgendwie Fische und Getreide und Steine oder irgendwie sowas. Braun gab es auch noch, weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Aber dann kriege ich diese Steine und die kann ich entweder einsetzen, um sie in Fabriken zu liefern, die auch auf diesen Karten drauf sind, was nochmal Punkte gibt natürlich. Oder ich kann sie auch einsetzen, um meine Kartenwerte um 60 zu erhöhen. Das heißt, ich kann so eine Ressourcenwürfel auch einfach wegballern, um eine Karte, die ich in die Mitte lege, in dieser Beatphase um 60 zu erhöhen. Also aus einer 1 eine 61 zu machen und damit dann doch Startspieler zu werden. Für die Schlusswertung gibt es dann auch nochmal eine Möglichkeit, es zu variieren. Es sind dann nochmal neun Endbedingungskarten mit drin, wo man dann nochmal ein bisschen rumdrehen kann. So an der Tatsache, was gibt es am Schluss für Punkte. Aber ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Hat richtig Spaß gemacht. Und es sind ganz viele kleine Entscheidungen, die man da immer treffen muss, die einem auch richtig was abverlangen. Und es ist echt erstaunlich, was für eine taktische Tiefe aus so ein paar Karten und Holzwürfeln rauskommen kann. Also jemand, der so ein bisschen Aufbauspiel mag, schön gerne zugucken möchte, wie die Stadt vor einem wächst, aber trotzdem so ein bisschen Beatmechanismus und Plättchen legen praktisch, wenn man möchte, mit drin haben möchte. Der ist hier wirklich richtig gut verdient. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass das so untergegangen ist. Ist definitiv eine kleine Perle. Und wie gesagt, nur ein paar Karten und Holzwürfeln, das sollte man sich definitiv mal angucken. Wenn man eben in diesem Kennerbereich unterwegs ist. Ist dann wirklich doch anspruchsvoller, als man am Anfang irgendwie denkt. Übrigens nebenbei, Funfact zum Nebenbei. Ich habe das mal versucht zu übersetzen hier mit Google und es kam dann raus, Lauter Pelit heißt nichts anderes als Brettspiel. Ist eigentlich auch ein cooler Name für einen Verlag. Es liegt dir auch irgendwie nahe. Dann habe ich als letztes noch ein Kinderspiel, was ich gern empfehlen möchte. Das sage ich jetzt gleich mal vorneweg. Das hat nämlich wirklich allen Kindern, mit denen wir es bisher gespielt haben, super viel Spaß gemacht. Ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Und ja, viel Spieler werden da abwinken und Erwachsene dann generell eigentlich auch. Es ist wirklich ein Kinderspiel. Aber dafür ist es wirklich richtig klasse. Und zwar ist das Davy Jones Schatztruhe. Das Ganze ist erschienen bei HCM Kienzel und ist von der Autorin Annette Nora Cara, würde ich es jetzt mal aussprechen. Es ist von zwei bis unendlich viel Spieler. Geht so 20 Minuten und wird ab fünf empfohlen. Es geht darum, das sieht man auch auf dem Foto in dem Blog-Eintrag. Es geht darum, wir sollen Goldmünzen sammeln. Davy Jones ist natürlich ein Pirat. Das sind alles so ganz schöne kleine Plastik-Goldmünzen. Also das finden die Kids schon mal super, wenn sie da wirklich so Münzen sammeln. Und die sind dann auch in so einer Schatztruhe drin am Anfang. Also das Material ist schon wirklich ganz cool gemacht eigentlich. Aber wie kommen wir ran an das Gold? Das ist ein einfaches Push-her-Lack. Wir haben einen Stapel von Karten. Das sind zum Großteil so Dukaten-Karten. Also wenn ich eine ziehe und da ist eine vier drauf, dann würde ich am Ende der Runde, wenn ich aussteige, würde ich dafür vier von den Goldmünzen bekommen. Gibt dann auch eins, zwei und so. Es gibt dann auch noch ein paar Sonderkarten. Wenn ich die ausspiele, kann ich zum Beispiel beim Mitspieler eine Karte klauen. Oder man zwingt einen anderen auszusteigen aus der Runde, sodass er nicht mehr Geld sammeln kann. Man kann sich vor der Bombe schützen und solche Sachen. Also es gibt noch so ein paar Sonderfähigkeiten, die man einsetzen kann. Und dann gibt es halt irgendwo in diesem Stapel einmal eine Boom-Karte. Das ist die Bombe. Wenn die gezogen wird, ist die Runde sofort vorbei und jeder, der nicht bis dahin ausgestiegen ist und gesagt hat, nee, ich möchte lieber keine weitere Karte mehr ziehen, der verliert alles, was er halt gesammelt hat. Alle anderen können dann eincashen, was sie da an Karten gesammelt haben. Was auch definitiv cool ist, bei Davy Jones Schatztruhe ist eh, dass es bis unendlich viel Spieler geht. Also egal, wie groß die Kindergruppe wird, jetzt sei es am Geburtstag oder so, man kann es wirklich mit beliebig vielen Leuten spielen. Das ist auf jeden Fall auch ein dicker Pluspunkt. Ihr merkt schon, wirklich ein ganz einfaches Push-her-Lack-Spiel, aber für Kinder so richtig cool runtergebrochen. Und denen macht es wirklich richtig viel Spaß. Manchmal sitzen die dann am Tisch und du merkst richtig, wie sie überlegen, ah, decke ich jetzt noch eine auf oder nicht? Und dann mit zittriger Hand nehmen sie sich doch noch eine Karte auf der Hand und dann siehst du richtig schon am Gesicht so, yes, das hat geklappt oder, da ist jetzt die Bombe gekommen. Also wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die Kids. Die jubeln dann teilweise sogar richtig am Tisch, wenn sie gerade noch ausgestiegen sind und dann kommt die Bombe und so weiter. Ja, also echt klasse und ist auch wirklich richtig süß gestaltet. Also wer ein schnelles Kinderspiel sucht, was so ein bisschen Emotionen fördert und halt natürlich sehr glückslastig, ist das schon klar. Aber wer sowas sucht, ist hier bei Davy Jones richtig gut bedient. Also das ist echt ein cooles Kinderspiel. Finde ich auch schade, dass das ein bisschen untergegangen ist. Jo, das war schon wieder für diese Woche. Es soll ja auch wirklich nur immer dieses Kurzrezensionsformat sein. Länger als 20, 30 Minuten soll es nicht werden. Ich glaube, diesmal sind es sogar nur 20 Minuten geworden. Ich hoffe, ich habe euch ein paar nette kleine Spielchen empfehlen können, die wirklich nicht groß sind und die man auch immer mal mitnehmen kann. Mal gucken, was in zwei Wochen dann vertieft wird. Weiß ich noch nicht so genau. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vorgestern mit dem Daniel die nächste große Folge aufgenommen. Und wenn nichts dazwischenkommt, dann kommt die nächste Woche. Da geht es um Yamatai und Eldorado. Da könnt ihr uns auch gerne noch Vorschläge für den Titel schicken. Das suchen wir auch immer noch. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also das Nächste, was ihr von uns hört, ist wieder mal eine große Folge. Und in zwei Wochen werden wir mal wieder vertiefen. Mal gucken, was wir da so machen. Ja, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wäre schön, wenn ihr uns bei iTunes oder so noch eine Rezension hinterlasst oder Sternchen verteilt. Oder was uns auch einfach wirklich super hilft, ist, wenn ihr Mund-zu-Mund-Propaganda macht. Also erzählt in euren Brettspielrunden gerne davon, was ihr da für einen tollen Podcast hört. Ich schlinge es auf einmal so ein bisschen nach Eigenlog. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wir würden uns freuen, wenn wir noch ein paar mehr Leute erreichen. Was mich jetzt dann nochmal interessieren würde, wäre einfach, wie findet ihr denn dieses Format? Also sagt ihr, wenn ich es nicht hören will, dann höre ich es halt einfach nicht. Dann kann er doch machen, was er will. Sagt ihr, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Bitte mehr davon. So kriege ich ein paar neue Spiele auf den Schirm. Oder denkt ihr euch, das machen ja schon tausend Leute. Das kann er sich eigentlich sparen. Das verschwendete Zeit. Ich freue mich über Feedback. Schreibt mir das Ganze entweder in die Kommentare oder als E-Mail, info-at-predagoge.de. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Bis dann. Gut Brett. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 2. 1, Le jornade ab. 2, 1. 5, 5, 6, 6. 3, 4, 5, 6. 4, 6 Pert Initial. 5, 1. Vielen Dank.